Zwar kann man den Deckel hier aufmachen, wenn die Batterie mal schwächelt irgendwann, damit man den nochmal so einen Second Life geben kann. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Noggin und heute geht es weiter mit dem Photovoltaik-Projekt. Batterien. Ich wollte ja mal meinen Batteriespeicher erweitern bzw. verbessern, mit neuen Batterien ausstatten und ich bin nach langem hin und her im Photovoltaik-Foren auf die Firma Active aufmerksam geworden. Ja, kannte ich bis dato auch noch nicht, wurde aber doch hier und da öfters mal erwähnt, von wegen, dass Leute Versorgungsbatterien von der Firma Active haben und ich hatte dann einfach mal mit dem Batteriekonfigurator ein bisschen rumgespielt und bin dann im Endeffekt auf die DC-115S gestoßen. Das ist eine AGM-Batterie, also Versorgungsbatterie ist zyklenfest, ist ja wichtig für Photovoltaikanlagen. Und wie die aussieht, würde ich mal sagen, packen wir die Batterie mal aus. Die zweite steht übrigens im Keller, weil ich ja zwei Stück bestellt habe, weil ich ja ein 24-Volt-System habe. Wir werden jetzt diese mal anpacken und uns einfach mal einsam mal anschauen. So, hier sieht man schon mal ein Feature, das hier ein eingebautes Display und Tageszähler ist. Also man sieht direkt mit einem Klick praktisch, wie alt die Batterie ist. Was auch noch schön zu sagen ist, es sind Schrauben plus Unterlegscheiben und Federringe. Sind im Lieferumfang dabei. Und ich muss dazu sagen, das Paket ist übel schwer. Das sind, eine Batterie wiegt ungefähr 30 Kilo. Aber dafür habe ich ja auch genug Speicher im Endeffekt dann. So, da haben wir also den Brocken. Also, ist ganz schön groß übrigens. So, hier haben wir das kleine Display. Wenn man jetzt mal hier drauf drückt, sieht man, null Tage. Batterie ist noch voll. Ist gerade bei 12,97 Volt. Ja, genau. Da kann man halt hin und her switchen. Gibt es aber auch nochmal eine Bedienungsanleitung, wo man das alles nachlesen kann. Ja, was haben wir hier noch so zu sehen? Also wir haben einen schönen Tragegriff, der ist bei dem Gewicht immens wichtig. Haben hier, das müssten M8er Gewinde sein. Keine traditionellen, wie man es bei den Starterbatterien hat, Batteriepole, wo man dann noch extra Klemmen kaufen muss. Also kann man direkt mit den Kabeln hier dran gehen. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. So, ja jetzt ist die Frage, warum habe ich überhaupt diese Batterie genommen und keine Gelbatterie zum Beispiel? Ja, habe ich auch tatsächlich nachgelesen. Gelbatterien sind theoretisch, also sind praktischerweise langlebiger. Aber AGM Batterien sind so ein bisschen, die verzeihen ein bisschen so Ladefehler, sag ich mal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ein, zwei Tage doch so am untersten Ladepunkt hängt, stirbt dann eine Gelbatterie schneller weg. Also das sind jetzt so Sachen, die ich halt nachgelesen habe, kann ich jetzt leider nicht ausprobieren, weil ich noch nie eine Gelbatterie hatte. Muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Was man aber auch noch hier schön sieht bei der, die haben hier schon mal drauf die Kapazitätsangabe, bei welcher Entladecharakteristik. Und das steht auch nochmal alles in den Datenblättern drin. Und dann muss ich sagen, die haben sehr ausführliche Datenblätter, was ich sehr lebenswert finde, wo man sich dann genau ausrechnen kann, okay, ich entlade jetzt in der Stunde so viele Amperestunden, was für eine Kapazität gibt mir dann im Endeffekt die Batterie her. Ist ein wichtiger Faktor, damit man nachher die Batterie dementsprechend dimensionieren kann, mit Berücksichtigung, dass man zum Beispiel in meinem Fall will ich die nur zu 30% entladen, damit ich die maximale Zyklenzahl auf der Lebensdauer her gesehen abrufen kann. Ja, wie gesagt, ich habe mich halt für die 115 Amperestunden Batterie entschieden. Zwei Stück habe ich davon. Und mit meinen Verbrauchern, was ich da jetzt dranhängt habe, ich habe momentan den Flur dranhängen. Schlafzimmer habe ich auch noch dranhängen. Da laden wir dann nachts die Handys drüber, ein bisschen Fernsehen gucken. Und einen Gefrierschrank will ich noch dranhängen. Also roundabout bin ich da so ungefähr pro Tag bei 35%, zwischen 30 und 35% Entladetiefe. Eine Sache habe ich nämlich noch vergessen zu sagen und zwar hier oben, den Deckel kann man nämlich abmachen. Da hat sich Active was richtig cooles ausgedacht. So, hier sieht man es, Verwenden der Nachfüllpacks. Und zwar kann man den Deckel hier aufmachen, wenn die Batterie mal schwächelt irgendwann, damit man den nochmal so ein Second Life geben kann, hat man hier nämlich noch so Kanister dabei. Die sind in der Batterie integriert, macht man die Käppchen auf, füllt wieder Wasser praktisch nach und kann so nochmal die Lebensdauer ein bisschen verlängern. Eine echt coole Sache. Ich hatte auch mal spaßeshalber andere Batterienhersteller verglichen, so Vater- oder Bannerbatterien. Auch teilweise günstige Anbieter, die praktisch hier so 100 Amperestunden roundabout für 80 Euro anbieten. Und wenn man sich da mal die Bewertung durchliest, dass die Dinger nach einem halben Jahr sterben, habe ich gedacht, gibst du lieber ein bisschen mehr Geld aus, holst dir die und bist dann auf der sicheren Seite. Die hat jetzt knapp 200 Euro gekostet pro Stück, also 400 Euro bei mir in der Summe. Und ob sich das bewährt macht, die Lebensdauer, dass die mal 5 Jahre plus oder so hält, das müssen wir halt einfach mal sehen. Ich hoffe es ja mal, dass ich hier gute Qualität gekauft habe. Also ich werde da nochmal dann in ein paar Jahren ein Update-Video dazu bringen. Und wo die installiert wird, kennt ihr ja auch schon. Wir gehen mal runter im Keller, werden die Batterien aufbauen und schauen mal, wie die sich so nach einer Woche ungefähr macht. Ja, ob das passt alles, würde ich mal sagen. Wir gehen mal in den Keller. Ja, willkommen im Keller. Also, wie ist jetzt hier der Plan? Das sieht wie folgt aus. Also die kommen ja da rein. Das Problem ist nur, ich muss das ein bisschen umgestalten. Und zwar sind die nämlich zu lang. Ich könnte jetzt eine hier hinstellen, dann passt aber die andere hier von der Höhe nicht mehr rein. Wenn ich das Brett jetzt als niedriger mache, genau dasselbe Problem. So, jetzt habe ich mich dazu entschieden, ich werde die genau so nehmen, so da reinstellen. Dann gucken die allerdings hier Stückchen raus. Das Brett hatte ich noch übrig. Das ist cool, das ist nämlich genauso hoch wie praktisch hier unten das Holz. Das werde ich dann einfach hier so hinstellen, damit die Batterie da noch mit draufsteht. Dann habe ich mir überlegt, schmeiße ich jetzt die ganzen alten raus oder behalte ich sie? Die zwei großen wären eigentlich sinnvoll, wenn ich die nochmal behalten würde mit anderen Anlagen. Die Sache ist jetzt nur die. Wir haben es ja morgens gerade und die sind eigentlich noch von der Nacht recht leer. Das heißt, ich kann die schon anschließen, darf aber die Sicherung noch nicht reinmachen, damit die erstmal voll werden. Und dann erst kann ich die später parallel dazu schalten. Dafür muss ich aber hier auch nochmal ein bisschen was umändern. Ich habe jetzt zwar hier noch zwei frei, allerdings nur bis 16 Ampere. Und ich wollte die gerne mit Höhe absichern, damit ich auch mal den Wechselrichter komplett mit 1500 Watt belasten kann. Deswegen habe ich hier nämlich ein D02 Neo Z Element noch mit maximal 63 Ampere. Den werde ich jetzt noch hier vorne reinmachen. Machen werde die drei Kabel hier auf dem Block verteilen, also die zwei hier vorne, hier hinten anschließen, dass die zwei rausfliegen. Dann kommt der noch da rein, rückt der ganze Block ein bisschen rüber und dann passt das. Und dann mache ich die vom Wechselrichter auch noch ein bisschen höher. Die war jetzt nur mit 25 Ampere abgesichert, weil mir die Batterien einfach nicht hergegeben haben. Und da kommt dann später auch eine 63er rein und dann kann ich nämlich dem Wechselrichter auch volle Granate belasten. So, das ist so der Plan. Gucken wir mal, auf welche Hindernisse wir noch im Umbau stoßen werden. So, jetzt ist natürlich die Sache. Ich habe die Kabel leider ein bisschen kurz gemacht. Ich gucke, wie ich hier den Minus hier noch mit der hier verbinde. So, das Display ist natürlich, hallo Kamera, das Display ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, weil ich ja hier keine Höhe mehr habe, die abzulesen. Aber ich habe mir gedacht, wenn die später mal zusammen sind, kann ich die hier noch an den Schlaufen rausziehen. Können wir ablesen, gut oder nicht gut und dementsprechend dann, ja, halt nochmal gucken, ob die Batterien in Ordnung sind oder nicht. Im Normalfall verbrauchen wir ja auch das Display nicht, davon mal auch gesehen. Das ist ja eigentlich nur so ein Gimmick, was halt noch dazu gibt. Na, fest kommt ab. Deswegen. So, die hat jetzt hier noch 12,97, die hat 12,92, also die werden sich vielleicht ein bisschen irgendwie noch angleichen, spätestens bei der nächsten Ladung, dann sollte das eigentlich gehen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich den Oschi da reinhebe, ohne dass mir gleich das ganze Schränkchen jetzt zusammenbricht. Keine, ey. Warum habe ich nur so schwere Batterien bestellt? Okay. Das hätten wir schon mal. So, jetzt ist nämlich, hier kommt das Brett zum Einsatz. Habe ich mir gedacht, ich will die hier nämlich nicht so stehen lassen, sondern ich tue das hier drunter klemmen, was ich gerade merke, was überhaupt nicht funktioniert. Weil der Boden nach hier vorne in Höhe ist. Das ist ja jetzt mal total Banane. Das ist ja mal richtig bescheuert, weil ich die jetzt... So, jetzt stehen die hier nämlich... Ja. Hier steht ein bisschen in der Luft. So, gut. Nicht schön, aber funktionabel. Ja, das widerspricht jetzt eigentlich schon wieder meiner Aussage vom letzten Mal, von wegen so Funktionen ist das eine und Aussehen ist das andere. Bin ich wirklich nicht ganz zufrieden damit, aber muss ich jetzt leider so hinnehmen, ja. Ja, deswegen, ansonsten muss ich mal gucken, wenn nicht schneide ich mir mal zwei Holzklötze, die hier direkt Batteriegröße haben, tue ich hier drunter und fertig. So. Jetzt müssen wir noch Drückungskabel, die zwei hier verbinden und dann geht's weiter. Also, so sieht jetzt das Ganze aus. Wie gesagt, die stehen jetzt da, die habe ich jetzt eins zu drüber gemacht, die sind jetzt auch noch angeschlossen. So, jetzt gibt es natürlich da noch was zu zu sagen. Ich hatte ja gesagt, hier fliegt ja jetzt ein Block raus, das ist der. Hier sind jetzt die Batterien von Active dran. Die Sicherung habe ich, ja wie gesagt, draußen gelassen, weil die restlichen Batterien sind noch leer. Wir haben jetzt gerade noch vormittags. Wenn ich die jetzt reindrehen würde, schalte ich die leeren Batterien mit den vollen Parallelen, was dann passieren würde, kann sich jeder ausrechnen. Die Active Batterien versuchen, die leeren aufzuladen und wir fliegen hier erstmal alle Sicherung raus. So, das wollen wir natürlich nicht, deswegen warte ich bis heute Abend, bis die leeren Batterien alle voll aufgeladen sind. Dann schalte ich hier die Active zu, dass da keine hohen Ausgleichsströme fließen. Und dann geht das ganze Ding praktisch in Betrieb. So, jetzt habe ich hier, der Sockel ist praktisch noch frei. Falls nochmal irgendwie eine Batterie, ein Batteriepool hier zukommen sollte, habe ich gedacht, lässt nochmal eine Reserve. So, und so ist das Ganze dann jetzt hier im Betrieb. Jetzt kommt da noch der Deckel drauf und da haben wir die Sicherung reingeschraubt und dann schauen wir mal Ende der Woche, wie sich das Ganze so macht. Wie das im Grafikverlauf aussieht und dann kommen wir nochmal zum Fazit. Tja Leute, es ist dann doch schon 10 Tage her seit der Installation, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, wie sich die Batterien so machen und kommen zum Fazit. Also, grafikmäßig sieht das hier jetzt so aus, ich habe jetzt hier mal das Handy hingetan, haben wir jetzt momentan halb elf, knapp 60 Watt. Die sind halt noch am Aufladen von der Nacht her und das wird ein bisschen blöd mit der Kamera. Muss ich mal gucken, die kann das leider nicht so ganz scharf stellen. So, wir haben die Batterien installiert vor 10 Tagen, hier praktisch da, wo wir schon über eine Kilowattstunde erzeugt haben. Hier waren wir auch mal kurz drüber, da hatte ich aber noch die alten. So, und seitdem waren wir eigentlich fast immer knapp mit dem Erzeugnis auf einer Kilowattstunde. Hier war mal schlechtes Wetter, also da war drei Tage lang nur bewölkt gewesen. Aber, okay, und hier war mal ein Ausreise. Aber ansonsten, muss ich sagen, war eigentlich top das Erzeugnis, was wir rausgeholt haben. Und dementsprechend die mehr Energie auch in die Batterien reinladen konnten, weil wir ja zu dem Zeitpunkt auch mehr dranhängen haben. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier knapp 9,8 Kilowattstunden Verbrauch. Hängt ja momentan dran Schlafzimmer komplett, Waschküche komplett, außer die Waschmaschine, weil die verbraucht zu viel. Das gibt leider der Wechselrichter nicht her, weil die Waschmaschine nämlich knapp 2000 Watt zieht. Und Flur hängt ja komplett dran. Kann ich nicht meckern. So, die Hochrechnung. Hochrechnung sieht aktuell aus 15 Jahre. So, ja, da muss ich aber dazu sagen, das ist jetzt nur der Gefrierschrank plus Schlafzimmer plus Flur. So, wenn ich jetzt natürlich durchsauge, ja, stecke ich jetzt immer den Staubsauger im Schlafzimmer ein und kann damit die ganze Wohnung saugen, weil ich den dann von Photovoltaik benutze. So, jetzt dann natürlich mal so andere Sachen kommen, wie ich sauge das Auto aus. Das habe ich nämlich letztens auch gemacht. Da war super Sonne gewesen. Da habe ich gesagt, so, geil, jetzt sauge ich mal die Autos. Das sind halt alles so Sachen, was natürlich dann die Amortisierungszeit nicht viel, aber doch ein bisschen runterdrückt. So, mal gucken, wie es in Zukunft aussieht. Vielleicht hänge ich noch irgendwas mit dran. Muss ich mal schauen. Aber aktuell, wenn ich jetzt die paar Tage nehme, rechne die aufs Jahr hoch und dann auf die Amortisierungszeit sind wir bei 15 Jahre. Ja, ist halt ein bisschen viel. Aber mal gucken, wenn ich jetzt eine Monatshochrechnung machen kann oder später mal eine Jahreshochrechnung, werde ich dazu natürlich nochmal ein Update machen, wie das aussieht. Ansonsten hat sich ja hier nicht so viel geändert. Die stehen ja immer noch da. Die habe ich aktuell nicht in Benutzung. Man sieht, die sind zwar noch verkabelt, aber hier sieht man, die sind nicht reingedreht. Ja, warum? Weil das fast eigentlich gar nichts mehr ausmacht. Und meine Befürchtung könnte sein, weil die ja, sag ich mal, von der Kapazität her sehr gering sind, dass vielleicht die doch eher an die Ladeschlussspannung ankommen. Und dann hier mein Ladecontroller sagt, oh, Batterien sind voll, obwohl die und die zwei noch gar nicht voll sind. Ja, und jetzt hat man auch gerade mal kurz den Wechselrichter gehört, wie er angelaufen ist, weil gerade drüben der Gefrierschrank angesprungen ist. Also da läuft der immer mal kurz an. Ansonsten ist mein Dauerverbrauch tatsächlich zu wenig, dass ich den Lüfter höre, weil der da einfach nicht anspringt, weil er nicht warm genug wird. Hier hatte ich ja gesagt, hier gibt es auch nochmal ein Video dazu. Ich habe mir jetzt nochmal einen Ampermeter und Voltmeter bestellt, die will ich gerne hier hinsetzen. Da kann ich nochmal ein Video dazu machen, wie sich die Anlage so noch ein bisschen verändern wird. Aber ansonsten bin ich nach wie vor von den Batterien positiv überrascht. Also bis jetzt tun sie ihren Dienst und wir müssen halt, wie schon erwähnt, einfach mal gucken, wie sich das auf die Lebensdauer auswirkt, wie lange ich sie hier im Betrieb halten kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit der Batterieinstallation. Vielleicht regt euch das ja auch an, vielleicht euch was von dem Hersteller oder von einem anderen zu holen. Ist ja jedem seine freie Wahl. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, haut rein Leute und ciao!